Vier Tage Fachkongress, das sind vier Tage intensive Diskussionen um den Krebs. Wir wollen aber die Ergebnisse dieser fachlichen Auseinandersetzung auch unseren Patientinnen und Patienten übermitteln. Wir führen am Samstag, dem 22. Februar 2020, für die Patientinnen und Patienten, für die Angehörigen und alle anderen Interessierten einen Krebsaktionstag in Berlin durch. Ich lade Sie ganz herzlich zum Krebsaktionstag nach Berlin ein.